10 Cent fliegt raus. Ich verkaufe den ehemaligen Tech High Flyer aus China. Warum und welche Aktie ich stattdessen kaufe, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tieter. Es geht ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren und das klappt auch. Einer der Beweise dafür ist das Stadterdepot, das aber nicht mit jeder Aktie klappt. Das ist, glaube ich, auch klar und dafür spricht auch das Stadterdepot. Das zeigt das. Hier ist das Stadterdepot, hier sind die einzelnen Aktien drin. Momentan ist reine Machen angesagt im Sinne von Buy and Hold and Check. Wir haben vier Jahre lang die Füße stillgehalten, nichts getan, nachdem wir die Aktien gekauft haben, immer schön fleißig bespart. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir uns von den Aktien trennen, von denen ich jedenfalls der Meinung bin, dass man da das Pferd wechseln sollte. Wir haben jetzt neu drin, Hörstück Company, LVMH und die United Health Group. Wir haben also schon drei Aktien ausgetauscht. Welche Aktien dafür gehen müssten, siehst du in den vorherigen Videos. Jetzt geht es um Tencent. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jede Aktie rausschmeißen möchte, die im Minus ist. American Tower und Diacho beispielsweise. Denen möchte ich die Treue halten. Eine andere Sache jetzt aber noch. Ihr habt euch gewünscht, dass es auch wieder Abstimmungen gibt. Das Stadterdepot ist ja als Community-Projekt entstanden und ich habe mir eine Abstimmung jetzt für euch ausgedacht. Und zwar geht es jetzt, bevor wir zu Tencent gehen, um Amazon. Denn Amazon wäre jetzt auch nur eine Aktie, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir die ersetzen. Nicht, weil die schlecht performt und weil ich sie nicht für aussichtsreich halte, sondern weil es die einzige Aktie im Stadterdepot ist, die keine Dividende ausschüttet. Deshalb jetzt die Frage an euch. Sollen wir Amazon ersetzen durch eine andere Aktie? Ja oder nein? Stimmt mit ab. Hier habe ich die Abstimmung schon gemacht. Den Link findest du unter der Videobeschreibung. Und dann noch eine Bitte, falls du für Ja stimmst, also Amazon soll rausfliegen, dann kannst du auch gerne im Kommentarbereich hier unter dem YouTube-Video schreiben, welche Aktie du dir denn vorstellen könntest als Ersatz für Amazon. So, viel Spaß bei der Abstimmung. Bin aufs Ergebnis gespannt. Jetzt aber los zum eigentlichen Inhalt. Tencent fliegt raus. Das soll ich ja mal erklären, warum soll denn Tencent rausfliegen? Warum verkaufe ich die Aktien? Es sind 32 Aktien, die ich verkaufen werde. Und ich werde dabei einen Kursverdust realisieren, hier in Höhe von 343 Euro. Es gibt im Prinzip drei übergeordnete Gründe, warum ich Tencent nicht mehr so als erfolgversprechend achte, wie es mal der Fall gewesen ist. Der erste Grund ist, ihr wisst es. Und alle drei Gründe haben was mit einem unkalkulierbaren Risiko zu tun. Und ich möchte Risiko rausnehmen aus dem Stadardepot. Das ist einer der Gründe. Und stattdessen mehr vorhersehbare Qualität drin haben, die unserer Anlagestrategie entspricht eines dynamischen Dividendenwachstums. Warum ist Tencent relativ schwer kalkulierbar bzw. bezüglich des Risikos? Wir haben zum einen, ihr wisst es, die Regulierung. Das heißt, insbesondere im Bereich der Spiele, der elektronischen Unterhaltung. Und da werden dann beispielsweise Lizenzen nicht vergeben oder Schleppen vergeben für neue Spiele. Oder es wird immer mehr reglementiert, wer noch wie viel spielen darf, um die jugendlichen Anführungszeichen zu schützen. Und wir haben hier bei Tencent drei Segmente. Und das betrifft vor allem dieses Value-Aided-Services-Segment, das in erster Linie auch von In-Game-Verkäufen leidet und weniger gespielt wird, weil die Spiele es nicht oder verspät auf dem Markt schaffen. Und weil die Spiele halt nicht so viel spielen dürfen, dann wirkt das eben negativ auf dieses Segment Value-Aided-Services sich aus. Dann haben wir noch ein anderes Segment, das heißt Fintech and Business Services. Fintech insbesondere Beteiligungen. Und auch das ist der kommunistischen Partei ein Dorn im Auge, dass Tencent zu mächtig wird. Und dann deshalb muss Tencent sich auch, hat es auch schon getan, von einzelnen Beteiligungen trennen. Die haben um die 600 Beteiligungen. Und insbesondere die innerchinesischen Beteiligungen sind da der kommunistischen Partei dann auch im dollen Auge. Und wir haben im Schalter-Depot beispielsweise Maithuan und JD.com schon drin, durch die Tencent-Beteiligung, durch die Tencent-Aktien, die wir gehabt haben. Und ist ziemlich unglücklich, wenn Unternehmensentscheidungen bezüglich Beteiligungen nicht getroffen werden aus unternehmerischer Perspektive, sondern weil einfach jemanden dich dazu zwingt, dich von den Anteilen zu trennen. Auch negativ, wirklich negativ aus auf das Segment Fintech Business Services. Dann haben wir noch das Problem in Schönern mit der Wirtschaft. Wir haben einen neuen Fokus von der kommunistischen Partei, ein bisschen weg vom Wachstum hin zu sozialer Gleichheit. Und dann haben wir auch noch eine allgemeine Wirtschaftsschwäche mit Sonderproblemen, wie dem Immobilienmarkt, der heiß gelaufen ist, der aufgebläht wurde. Und all das belastet die Konjunktur und all das belastet die Werbebudgets, Etats der Unternehmen, die Kunden sind von Tencent. Und das betrifft das Segment Online-Advertising. Wir haben also in jedem Segment quasi von Tencent Druck. Und keiner weiß, wie stark der Druck ist, wie lange er anhalten wird. Und das sind im Prinzip die Gründe, warum ich mich von der Aktie trennen möchte. Plus einem Sondergrund, der jetzt rein politischer Natur im Prinzip ist, beziehungsweise politisch-rechtliches Risiko. Eigentlich sind ja für Ausländer Direktinvestitionen in sensible Sektoren untersagt. Und es gibt jetzt über Tencent ja dieses Konstrukt, der Variable Interest Entity, VIE. Wenn man das umgehen kann, das heißt, wenn wir in Tencent investieren, dann investieren wir eigentlich nicht in das Unternehmen selbst, sondern in so eine Schale, so eine Holding. Die hat so im Prinzip einen Gewinnabführungsvertrag mit dem eigentlichen Tencent, sodass man 1 zu 1 quasi vom unternehmerischen Erfolg beteiligt ist. Das ist so eine Art Schlupfloch, was die KP auch aufgelassen hat bis jetzt. Aber es ist halt ein Risiko. Damals sind wir jetzt eingegangen, wir waren das schon bewusst, aber mit den zunehmenden politischen Spannungen gerät das vielleicht dann auch irgendwann, wächst dieses Risiko auch. Also Tencent ist mir das Risiko einfach zu hoch. Auch wenn die Bewertung rein fundamental wirklich interessant erscheint und die eigentlichen Geschäftsmodelle funktionieren, nehme ich von Tencent Abstand und verkaufe Tencent. Ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Wir haben auch eine Aktienanalyse gemacht zu Tencent. Die ist schon knapp jetzt eineinhalb Jahre alt und da könnt ihr dann gerne nochmal drüber nachlesen, weil es ist immer noch aktuell die ganze Thematik, wo die Probleme bezüglich Tencent liegen. Auf welche Aktie habe ich es jetzt abgesehen? Auf einen deutschen Wert tatsächlich und der lautet Trommelwirbel Bechtle. Die Firma Bechtle ist ein IT-Systemhaus. Wir bleiben also von der Branche im weiteren Sinne noch in der Technologie drin, haben hier einen IT-Dienstleister. Wenn man die Marktkapitalisierung anschaut, seht ihr, dass es im Prinzip ein Zwerg ist, Bechtle, gegenüber Tencent. Aber in Deutschland selbst eines der führenden IT-Häuser. Und wir können nochmal sehen, wenn wir uns erstmal kurz die Kennzahlen anschauen, dann sehen wir, jetzt sehen wir erstmal, was die machen. Gut, können wir auch gucken, was machen die. Die haben zwei Segmente. Zum einen Online-Handel im Bereich E-Commerce, Software, Hardware. Und dann haben wir hier die eigentliche Beratungstätigkeit, wo man dann sagt, okay, wie könnt ihr denn eine IT-Landschaft in eurem Unternehmen implementieren? Und es geht aber bis hin zum kompletten Outsourcing hin zu Bechtle. Und allgemein ist es so, dass ihr sicherlich euch vorstellen könnt, dass viele Unternehmen überfordert sind mit der hauseigenen IT. Einmal, was brauche ich eigentlich bis hin zu, will ich es überhaupt noch selbst machen? Das ist ein riesiger Wachstumsmarkt, der insbesondere durch die Felder IT-Sicherheit und Cloud getrieben wird. Jetzt seit neuerem auch vom Bereich Künstliche Intelligenz. Natürlich ein schönes Beratungs- und Dienstleistungsfeld für Bechtle. Bei den Unternehmen, alle Unternehmen fragen sich jetzt, wie kann ich denn das für mich einsetzen, bevor es die Konkurrenz macht und ich dann Wettbewerbsnachteil habe. Da gibt es sehr, sehr viel Handlungsbedarf für die Unternehmen. Und Bechtle als gestandenes IT-Systemhaus profitiert definitiv davon. Das sieht man auch im Qualitätscheck. Jetzt aber kurz zu den Kennzahlen, weil wir interessieren uns im Steuerdepot ja für dynamisches Dividendenwachstum. Schön ist, dass die Dividendenrendite sofort steigen wird durch diesen Tausch von Tencent zu Bechtle. Bechtle hat fast halb so hohe, also doppelt so hohe Dividende, nicht ganz. Von 0,8% auf 1,5% wird dann quasi durch dieses Reinvestment die Dividendenrendite im Steuerdepot angehoben. Was das dynamische Dividendenwachstum angeht, das sehen wir hier. Wir haben zwar in der Vergangenheit hatten wir bei Tencent höheres Dividendenwachstum, aber wir sehen auch bei Bechtle haben wir ein Dividendenwachstum zwischen 14 und 18%, je nachdem, um welches Jahr es sich dreht. Und wir haben aber bessere Perspektiven, wie ich meine, bezüglich der Zukunft. Ich denke nämlich, dass wir bei so einem Dividendenwachstum in der Größenordnung bleiben werden. Wenn wir uns die Performance mal anschauen, der Aktien, dann gehen wir auf die letzten 10 Jahre, dann sehen wir hier bei Bechtle, hat dann hier eine Performance eingefahren, insgesamt von 440% auf 10 Jahre. Vergleichen wir das mal mit dem, was Tencent geliefert hat. Und dann sehen wir, dass sich das gar nicht so viel gegeben hat auf 10 Jahre. Da hat er dann sogar Bechtle Tencent outperformed. Wir sehen, dass Bechtle hier im Jahre 2021 seinen Höchstkurs gehabt hat und dann auch nach unten gegangen ist, aber trotzdem besser performt hat als Tencent. Wir können uns auch mal die Dividende hier anschauen, den Dividendenanlagen, den Lauf. Und da sehen wir, dass wir zwar keine Hochdividendenaktie haben, aber wir hatten mal hier Zeiten gehabt, als der Höchstkurs erreicht wurde. Da hatte Bechtle eine Dividendenrendite von 0,7% und jetzt, wie gesagt, fast doppelt so viel. Und hier sehen wir dann, wie sich die persönliche Dividendenrendite erhöht, wenn wir dann die Aktie jetzt dann kaufen werden. Also ich werde es da machen. Und dann kommen wir Anfang 2026 auf eine persönliche Dividendenrendite von bereits knapp 2%. Wenn wir wissen wollen, ob die Dividende sicher ist, dann machen wir das, indem wir in den Qualitätscheck gehen. Und da ist ja immer wichtig, der freie Cashflow und der Gewinn. Gucken wir uns erstmal den Gewinn an im Verhältnis zur Dividende. Dann sehen wir, dass die Dividende doch dicke gedeckt ist durch den bilanzierten Gewinn. Wenn wir uns den freien Cashflow zusätzlich einblenden, dann sehen wir, dass der hier etwas unzuverlässiger sich entwickelt. Da werden große Rechnungen schon mal später und mal früher bezahlt. Aber wir sehen hier gerade aktuell, dass der freie Cashflow die Dividende um ein Mehrfaches übersteigt und auch in Zukunft deutlich übersteigen soll. Wir sehen auch hier schön vom Umsatz und von operativen Margen, dass es wirklich schön funktioniert, dass wir langfristig steigende operative Margen haben. Die Umsätze auch steigen. Wir sehen hier, wo die Umsätze gemacht werden, schwerpunktmäßig in Deutschland, aber auch in Frankreich, Schweiz, Niederlande und Österreich müssen dann auch dabei sein, ist hier dann aber international. Also ganz stark die DACH-Region. Wir hätten hier also kein Risiko mit ihr, kein China-Risiko beispielsweise. Was jetzt natürlich noch interessant ist, das ist die Bewertung. Wenn wir uns den Multiples anschauen, dann sehen wir, dass die Aktie mal richtig teuer war. Das war eben da, als der Höchstkurs da war. Da hatten wir KGVs um die 35. Jetzt haben wir KGVs, sieht man hier auch hier oben, die deutlich niedriger sind. Hier im 20er-Bereich haben wir so eine Überbewertung abgebaut. Man kann hier schon rein optisch sehen, dass die Aktie hier überbewertet gewesen ist. Wenn wir vielleicht nochmal Tencent im Vergleich mit reinnehmen, wie sich da so die Bewertung entwickelt hat eines bereichlichen Gewinns, das sieht man vielleicht auch ganz interessant. Tencent war die ganze Zeit teurer gewesen als Bechtle, ist jetzt aber günstiger geworden durch den massiven Kursabschlag wegen der hohen Risiken, die für mich jetzt die Aktie, ich habe es eingangs erwähnt, nicht mehr investierbar machen. Gehen wir jetzt auf die Bewertung von Tencent. Da nehmen wir den bereinigten Gewinn, ich weiß gar nicht, ob der sich groß unterscheidet vom bilanzierten Gewinn, man unterscheidet sich überhaupt nicht, da können wir auch den bilanzierten Gewinn nehmen. Wenn wir dann hier jetzt mal den daraus abgeleiteten fairen Wert nehmen, dann sehen wir hier, und ich zoe mal ein bisschen rein, wo die Aktie fairen, wo sie überbewertet war, sieht man hier ganz deutlich die Periode von einer relativ hohen Überbewertung, also hier ungefähr, und jetzt dann die Korrektur in die leichte Unterbewertung hier rein. Das KGV hier 22,5, im Schnitt der letzten Jahre 20,8, und das benutzen wir die 22,5 im Schnitt. 20,8 ist das aktuelle KGV. 22,5 war im Schnitt der letzten zehn Jahre. Und wenn wir hier mal gucken, die Wachstumsraten anschauen, da sehen wir, dass die in der Vergangenheit etwas höher ausgefallen sind, wie sie jetzt in der prognostizierten Zukunft ausfallen sollen. Da ist jetzt, wird prognostiziert, dass wir ein hohes einstelliges Gewinnwachstum haben, so von acht, neun Prozent in den nächsten Jahren. In der Vergangenheit war es oft zweistellig. Deshalb möchte ich hier ein bisschen das KGV herunter korrigieren. Und das heißt, ich korrigiere dann auch den fairen Wert etwas nach unten. Hier wäre der faire Wert aktueller bei 47,50 Euro. Und wenn ich jetzt von 22,5 auf 20 leicht runter korrigiere, dann liegt der faire Wert bei 42. Dann wäre die Aktie also minimal überbewertet. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir hier dann die Aktie jetzt trotzdem kaufen würden, ich werde es ja tun, und dann haben wir trotzdem eine positive Renditeerwartung hier auf die nächsten drei Jahre mit einer jährlichen Renditeerwartung von acht Prozent. Damit bin ich zufrieden, weil ich Bechtle als ein qualitativ hochwertiges Unternehmen wahrnehme, das weniger Risiko hat als Tencent. Und wir haben ein schönes dynamisches Dividendenwachstum. Und ich denke, das passt sehr schön in unsere Anlagestrategie rein. Deshalb, ich werde jetzt Tencent verkaufen. Ich werde über den Einmalkauf in Bechtle investieren. Sparplan bei Tencent löschen und den Sparplan für Bechtle einrichten, dass wir da auch jeden Monat 50 Euro reinstecken. Gut, natürlich jetzt deine Meinung gefragt. Was hältst du von dem Tausch, Tencent raus, Bechtle rein? Und vor allem dann nicht vergessen, falls du nicht gemacht hast, stimme mit ab, wie es mit Amazon weitergeht. Und falls du abstimmst mit Amazon soll rausfliegen, gib mir bitte Bescheid, welche Aktie möchtest du denn da drin haben. Okay, danke fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie die Abstimmung ausgeht und bis zum nächsten Video. Tschau!